Diese brave und ganz zarte Hundedame heisst Desiree. Desiree ist bei uns ungefähr vier Jahre gewesen und sie ist sieben Jahre alt. Ein großer Mix Hündin. Wir lieben Desiree sehr, weil sie ganz nett ist, auch sehr schüchtern, aber total gesund und fit. Und da sie so lange bei uns ist, wir suchen für sie ein Zuhause und wir wünschen ihr, dass das 2015 ein Wunder wirkt und dass sie bald umziehen kann in die Freiheit.